Hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist so schön, dass du, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Mein Name ist Monika. Ja, ganz herzlich willkommen, meine lieben Königinnen und Könige der Erde, meine lieben Stiergeborenen. Ihr dürft heute mit mir Fahrt aufnehmen in Richtung eurer Karriere. Ich habe mir gedacht, ich fahre mit euch auf dem Schiff in Richtung Karriere. Dies ist nämlich der erste Bagua-Bereich, der dem Element Wasser zugehörig ist und ich habe gedacht, ich bilde hier ein wenig Wasser ab. Und genau, ich habe euch hier noch den Stein von Mut und Kraft hier mit dabei und der darf hier auch noch mitfahren auf dem Schiff. Mut und Kraft brauchen wir, ja. Und die Schlange darf noch mitfahren, denn die korrespondiert mit euch, meine lieben Stiergeborenen, in der chinesischen Astrologie. Die setzen wir mal hier dazu. So, jetzt meine Lieben. Ja, wer mehr über den ersten Bagua-Bereich der Karriere wissen möchte, der kann dies tun, wenn er ein Video aufruft, erster Bagua-Bereich Karriere und dann erfahrt ihr sehr viel Interessantes, wie ihr diesen Bereich der Karriere in eurer Wohnung oder eurem Haus stärken, nähren und fördern könnt. Ja, ich schaue jetzt mal mit dem Licht- und Schattentarot. Was dürfen wir denn wissen im Bereich der Karriere? Was ist denn da gerade bei euch los, meine lieben Stiergeborenen? Was mag sich denn da gerade zeigen für euch? Ich hoffe, es geht euch gut und ihr genießt gerade die wunderbare Zeit. Es gibt ja viel Sonne und dann ist man meistens doch gleich viel besser gelaunt, ja. Schauen wir mal, was sich zeigen mag bei euch, meine lieben Stier und Schlange Geborenen. Ja, schauen wir mal. Wasserenergie hat eine hohe Anziehungskraft, ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich zieht es immer zum See oder zum Meer hin. Ui, die ist aber geflogen. Die ist auch, aber die wollte nicht raus. Die noch. Schaue ich mal. Ah, okay. Ah. Oh, wow. Also bei euch im Bereich der Karriere habe ich hier sieben der Münzen. Münzen sind schon mal gut für den Bereich der Karriere, weil das Geld soll ja auch ein bisschen fließen. Und schaut mal, hier wächst etwas heran. Ich habe sieben der Münzen. Schaut mal, da wächst ein Pflänzchen heran. Und zwar, genau, dieses Pflänzchen soll man hegen und pflegen. Ja, das könnte ein Projekt sein, ein neues, das ihr gerade in Angriff genommen habt. Es kann auch schon ein bisschen länger her sein. Aber es wächst und wächst, wenn ihr es gut nährt, im Wasser geht. Wir sind ja hier im Element des Wassers. Ja, wenn ihr es gut versorgt und auch mal düngt, womöglich, ja. Dass es ganz viel Kraft aus der Erde ziehen kann. Und die Münzen sind ja, also gehören ja zur Erde sozusagen. Gold und Silber kommt aus der Erde, ja. Und wunderbar. Also ich stelle es mal gerade hier her, die Karte. Können wir sie sehen? Ja, ich hoffe, ja. Und ich habe hier acht der Stäbe. Also da kann etwas ganz schnell auch auf euch zukommen, ja. Stäbe stehen immer für Aktionen, für etwas schnelles hier, ja. Das kann sein, dass euch entweder viele Menschen kontaktieren, ja. Weil es hier doch acht Stäbe sind. So alle auf einmal wie so Pfeile, ja. Alle wollen was von euch. Wollen vielleicht Auskunft oder wollen etwas mit euch gemeinsam gestalten, kommt mir gerade, ja. Das ist schon mal eine super, super Energie, ja. Schaue ich mal. Ja, hier ist noch eine Karte mit viel Wasser. Das passt hier zu unserem Bild mit dem Schiff, also der Mond. Ihr macht euch da schon gewisse Gedanken, meine Lieben, ja. Und ja, da kommen oftmals so Ängste und Sorgen zum Vorschein. Aber ich denke, das braucht ihr gar nicht, meine Lieben. Ihr habt hier die Stäbe, die auf euch zukommen. Ob Menschen, ob Projekte, neue Projekte, andere Projekte, Zusammenarbeit, ja. Und dann könnt ihr diese Energie hier wirklich auch loslassen, ja. Ich stelle sie trotzdem mal hierher, weil sie sehr schön ist, die Karte. So, meine Lieben. Dann schaue ich mal, welche Bachblüte euch helfen könnte in eurer momentanen Situation. Ich habe mal wieder meine Karteikarten herausgezogen und ich möchte für euch eine Bachblüte, eine von 38 Bachblüten, die auf den Dr. Edward Bach zurückgehen. Der war Homöopath und Arzt, ja. Und da kommt für euch Skleranthus. Das passt sehr gut, denn Skleranthus ist der einjährige Knäuel. Und diese Blüte brauchen Menschen, die so nicht so ganz im Gleichgewicht sind, ja. Also die ist übrigens auch sehr hilfreich, wenn man so an Schwindelgefühl leidet, ja. Wo man das Gefühl hat, es geht so leicht hin und her. Das ist die Balanceblüte gegen innere Zerrissenheit. Und das haben wir hier sehr schön mit der Mondkarte, ja. Ihr seid so innerlich etwas unausgeglichen, ja. Ja, genau. Ihr seid noch irgendwie auch etwas unschlüssig, ja. Steht diese Karte auch dafür, ja. Ja, dass die Stimmungen auch wechseln, so von einem Moment auf den anderen, ja. Mal denkt ihr, ja super, das wächst und gedeiht. Und dann denkt ihr wieder, oje, was kommt alles auf mich zu, ja. Dann seid ihr innerlich ruhelos. Habt vielleicht sogar manchmal eher, seid ihr eher ohne Appetit und dann habt ihr wieder eher so eine Art Heißhungeranfälle, ja. Ja, aber ich möchte euch da gerne ein paar Sätze mit auf den Weg geben zu der Blüte hier. Ihr könnt euch sagen, ich stehe fest, ich weiß, was ich will, ich entscheide mich, ja. Ja, und dann kommt man auch zu den Lösungen, ja. Und im Prinzip habt ihr die schon, ja. Da ist schon etwas, was wächst und gedeiht. Das ist im Prinzip ganz toll, ja. So, meine Lieben. Ich zeige euch jetzt noch, wie sie aussieht. Und die Skleranthus, kleinen Moment, sechs, 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 genau. Hier, das sind die Bachblütenbotschaften. Skleranthus, ich traue meinen Entscheidungen. Schaut mal, so sieht Skleranthus aus. Hübsche Abbildung hier, sehr süß, ja. Und ich traue meinen Entscheidungen, genau. Nämlich traut euch, dieses Projekt weiter zu nähren, ja, zu fördern, zu stärken. Und dann wird das alles gut werden, meine Lieben, ja. Und zwar bekommt ihr Skleranthus, auch rezeptfrei in der Apotheke. Ich zeige euch mal die Bachblüte. Moment, hier. Die ist in diesem Fläschchen hier, ja, von dem Healing Herbs, ja. Die könnt ihr in der Apotheke bestellen oder in einer Internet-Apotheke. Und da könnt ihr täglich wirklich zwei bis vier Tropfen auf die Zunge geben. Und schaut mal, was es mit euch macht, ja. Also gerade, wie gesagt, wenn es um Spindelgefühl geht, ist diese Blüte sehr zu empfehlen, ja. Ich stelle sie mal hier mit aufs Schiff. Vielleicht hilft sie euch, entschlossener zu werden, eure Dinge einfach konsequenter anzugehen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Jetzt hoffe ich, dass ich euch etwas Sinnvolles mit auf den Weg geben konnte. Ich wünsche euch noch einen sehr schönen Tag. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal. Bis dahin, Servus und macht's gut.